Freundinnen, ganz kurz bevor das Video startet, ich habe euch hier mal alle meine doppelten Starkarten mitgebracht, die wir aus den letzten Folgen Road to Full Universe gezogen haben und schaut euch das mal an, das ist wirklich, das sind inzwischen einiges an Starkarten, die wir doppelt haben, das sind alles doppelte Starkarten, ich habe euch ja letztens meine doppelten Basekarten gezeigt und inzwischen werden es auch immer mehr Forstmeister, die doppelt sind, es schmerzt natürlich, weil ich die Serie abschließen möchte und es fehlen noch ein paar Karten, ähm, ich hoffe, dass wir das Thema irgendwann beenden können, es geht nämlich natürlich auch ins Geld, jeder Booster kostet natürlich auch, ich mache das hier fürs Entertainment, fürs Spaß, deswegen lasst ein Mitleidslike da und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge, let's go! Ey Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Full Universe, wir sind, wie eigentlich in jeder Folge hier, auf der Jagd nach dieser 101-Luke-Karte, wenn wir diese Karte endlich ziehen, können wir die Serie beenden, mal schauen, wie viele Booster uns das noch kostet, Die Karte habe ich übrigens fürs 101-Karten-Video selber gekauft, ähm, ich möchte sie aber natürlich selber ziehen, so wie alle Karten bis jetzt aus der Serie und heute 4 Booster, schauen wir mal, ob wir was Geiles ziehen und, wie immer, starten wir einfach mal direkt rein und schauen mal, was es so gibt heute. Es fehlen uns ja auch noch einige Base-Karten und Star-Karten, so ist es ja nicht, ne? Alia Secura, Chewbacca, der fehlt mir tatsächlich noch, nice. Poggle, der Gerechte, ne, der Geringere. Kam, glaube ich, auch in Clone Wars vor in diesen Geonosis-Folgen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das ist ja Separatisten-Anführer. Wir haben C3PO und unsere erste Karte, nice, let's go, Yucastanu, Biblo, Biblo, ach Bruder, ich kann das Wort nicht aussprechen, ihr wisst, was ich meine. Aus dem Jedi-Tempel, ne Star-Karte, die mir noch fehlt, let's go, sehr, sehr guter Start. Boah, gefällt mir auch hier noch mit dem Jedi-Orden-Logo, äh, Jedi-Orden-Logo oben drauf. Sehr, sehr schöne Karte, let's go, guter Start, sehr guter Start. Nächster Booster. Starkiller Base, noch eine Base-Karte, äh, noch eine Base-Karte, die mir fehlt. Sehr, sehr nice, let's go. So kann es doch weitergehen. Lazarettenfregatte. Obi-Wan Kenobi Strikeforce. Anakin Strikeforce. Oh, geil, das sind alles Karten, die mir noch fehlen, alter, heute läuft's richtig gut. Und, unser Hit, ne Base-Pack. Ich weiß nicht, ob Baby noch fehlt, aber ist okay. Es waren Basiskarten dabei, die mir noch fehlen, deswegen beschwere ich mich über dieses Base-Pack tatsächlich überhaupt nicht. Ist doch gar nicht mal so bad. Nächster Booster, komm schon. Force-Meister muss jetzt auch drin sein. Come on. Erzulezo. Klonkrieger Phase 1. Immer wieder schön. Ein TIE-Abfangjäger. Oberfett Strikeforce. Und ich sehe schon, wir haben eine Starkkarte. Podrainer fehlt mir, glaube ich, auch noch. Ey, wenn er mir noch fehlt, dann mega nice. Let's go. Und, jetzt sind wir mal ehrlich, die sieht auch einfach nice aus. Ich finde dieses Design von Podrainer geil. Und dann natürlich auch diese Starkkarte sehr nice. Die Werte verstehe ich natürlich nicht, weil letztendlich ist es ja nur ein Podrainer, der aus Schrott gebaut ist. Wieso sollte der 71 in der Abwehr haben? Aber na gut. Ich meine, wir können das ja hier mal vergleichen. Was hat der TIE-Abfangjäger? Der hat in der Abwehr 60. Also, naja, ihr wisst ja, die Werte sind immer relativ random, deswegen, alles klar, wir haben zwei Starkkarten bis jetzt, die mir tatsächlich noch fehlen. Aber der Forstmeister wäre natürlich noch geil hier im letzten Pack. Komm, Last Pack Magic. Auf geht's. Wir haben Beast-Tan aus Rogue One. Bail Organa. Super Charakter. Kam jetzt auch wieder in der Obi-Wan-Serie vor. Darth Vader aus Episode 6. Müsste das hier sein? Ja doch. Nee, Episode 5. Episode 5. Wir haben einen Tastenräuber und unsere Starkkarte. Max Rebo. Scheiß auf den Forstmeister, das ist viel besser. Noch eine Starkkarte, die mir fehlt. Und Max Rebo, so ein Meme-Charakter. Was eine schöne Starkkarte. Und alter, was für geile Starkkarten haben wir heute gepolt. Drei, die mir noch fehlen. Hey, ganz ehrlich, wir haben zwar keinen Forstmeister, aber trotzdem war das eine mega starke Folge. Ein Basepack, drei Starkkarten mit drei Hits, Basekarten, die mir noch fehlen. Ey, so kann's weitergehen. Wir machen so richtig geile Fortschritte. Let's go. Viel fehlt nicht mehr. Und dann müssen wir wohl doch noch ein paar weitere Folgen aufnehmen, wo wir hier den Luke jagen. Und dann bedanke ich mich wie jetzt immer fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein. Ich或者 bei euch! Bis zum nächsten Mal, Vielen Dank.